Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video geht es um die nächste Skin-Rotation, welche nächste Woche Dienstag startet und wirklich extrem nice ist. Wahrscheinlich ist es sogar die beste Rotation, die wir je hatten, denn es kommen extrem geile Skins zurück und der Preis einiger sehr guter Skins ist auch deutlich reduziert. Der Umfang der Rotation liegt wohl daran, dass das Anniversary-Event gerade aktiv ist. Bevor wir jetzt direkt damit starten, wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, dass immer noch über 60% von euch, die diese Videos hier schauen, keine Abonnenten sind. Wenn ihr diese Videos hier also sowieso öfters schaut und noch keine Abonnenten seid, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Es würde mich sehr freuen und auch sehr supporten und ihr werdet es sicherlich auch nicht bereuen, also vielen, vielen Dank. Wie dem auch sei, würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch mit den Skins und Bunnets der nächsten Rotation. Wir starten mit den Spezialangeboten, wo wir als erstes zwei einzelne Skins, von denen es im aktuellen Collection-Event Skins im Design dieser Skins gibt, bekommen und das sind diese beiden Skins, welche für Fuse und Caustic sind. Genauso wie es da steht, werden diese Skins 900 Apex Coins kosten. Außerdem bekommen wir ein Bundle mit einem Revenant-Skin aus Season 9 und einem Triple-Tag-Skin für 2150 Apex Coins. Als letztes bekommen wir im Spezialangebot einen einzelnen Skin für Loba, welcher auch aus Season 9 stammt und einen auch einzelnen Skin für Bangalore für je 1250 Apex Coins. Drei Tage später ändert sich diese Rotation und wir bekommen drei weitere Skins aus Season 9. Hier bekommen wir zwei einzelne Skins für die Breite und Krypto, welche auch wieder 1250 Apex Coins kosten werden. Außerdem bekommen wir ein Bundle mit einem Flatline-Skin und einem meiner Meinung nach extrem geilen Skin für Valk, welchen ich mir by the way im damaligen Collection Event schon direkt geholt habe und immer noch spiele. Dieses Bundle wird auch wieder 2150 Apex Coins kosten. Das war soweit die Special-Votation, aber das war längst noch nicht alles, denn wir bekommen auch noch eine weiterentwickelte Votation. Hier haben wir als erstes einen extrem geilen Skin für Octane, welcher seit Ewigkeiten nicht zu sehen war und auch recht selten ist. Dieser Skin wird höchstwahrscheinlich in einem Bundle mit einem anderen legendären wahrscheinlich Waffenskin sein und dabei locker 2500 Apex Coins kosten. Es ist jedoch auch möglich, dass er auch einzeln für wahrscheinlich 1800 Apex Coins gekauft werden kann, aber das ist nicht bestätigt, also verlasst euch nicht zu sehr darauf. Beim nächsten Bundle ist nicht ganz bekannt, welcher Skin dort drin enthalten ist, denn es könnte entweder dieser Valk Skin oder auch dieser G7 Skin sein. Eventuell sind auch beide zusammen in dem Bundle, dann würde das Bundle sicherlich auch was bei 2000 Apex Coins kosten. Die letzten vier Bundles beinhalten jeweils einen dieser Skins hier für Bloodhound, Wave, Wingman und Trivial Take. All diese Skins sind jedoch selten oder maximal episch und werden nur mit sowas wie Holo-Sprays, Emotes oder Packs gebundelt, weswegen keines dieser Bundles mehr wie 1000 Apex Coins kosten sollte. So und das waren soweit auch alle Skins und Bundles für die nächste Votation. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Skin euer Favorit dieser Votation ist und ob ihr euch einen dieser Skins kaufen werdet. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber gut, lasst doch gerne noch eine Bewertung da und ja, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.